Wer gewinnt das Champions-League-Viertelfinale? Manchester City oder Bayern München? Unter allerhand nimmt sich direkt den ersten Elfer und boah... Ich verlose unter allen Kommentaren, die das Ergebnis richtig predikten. Unten hier auf YouTube folgen, eine PSM-Karte. Also von daher haut in die Tasten und Chupo-Muting gleich aus. Die Frage ist, ob Jan Sommer mal hier einen kratzen kann. Oh, knapp. Thomas Müller, Mr. Champions League, kann ausbrechen verschießt. Stand jetzt Vorteil für Manchester City, aber Sommer hate. Und der ehemalige City-Spieler Joe Cancelo macht ihn. Sommer kann jetzt zum Hate werden von Manchester. Und der ehemalige Video. Da ist jetzt Druck da für Leon Goretzka, wenn er ihn macht, sicher. Und Maris muss jetzt den letzten machen, damit City noch eine Chance hat, was drin. Und Jamal Musiala kann es jetzt hier klar machen, Leute. Währenddessen lasst euch schon mal nochmal einen Daumen nach oben, beziehungsweise einen Like da. Und Musiala läuft an, macht ihn. Er lobt, Blut.